recht herzlich willkommen zur 74 folge von towns zweite staffel sind wir wir haben letztes mal vier neue gekriegt die sich irgendwie einkleiden wollten oder einkleiden sollten weiß jetzt gar nicht wie weit sie sind ich glaube der hat einiges geholt oder ja bis auf einer der nur eine mütze auf hat haben die anderen einiges an und waffen haben die anderen auch schon mal cool gut ja happiness gucken wir mal gerade 17 von 42 okay das ist ja noch einiges was da passieren muss gucken wir mal nach essen fünf öpfel vier brote könnte mehr sein also ernt mal hier was darum können wir auch was ernten komm machen wir da auch noch fertig jetzt hier noch was zum abbauen haben wir sogar gemacht aber kriegen sie nicht runter oder wird kommen sie nicht dran genau so ist es das nicht dorthin 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 und dann sitzen wir da mal ein hin müsste gehen ich glaube die kommen ja gar nicht hin weil da wasser ist in der mitte dass den schaffen sie gar nicht hier den kann man glaube weg machen ich weiß auch nicht immer da so ein scarf rot hinbauen könnte ich glaube wir löschen das mal da gut dann ist das schon mal erledigt einfällt weniger versuchen sie nicht tausend mal das machen gut hier hoch wie seitdem da da okay da ist dort schon was in anstich gut wieder eine reihe mehr machen wie sieht das hier unten mit den zimmern aus sind da überall blumen ist da eine kiste da steht einer in der ecke und heult oder was das ist der raum von dem dann da ist ein schaf in der ecke okay aber eine kiste ist da dann wohl nicht ne hat man nicht vor eine kiste einzustellen ich weiß nicht hier so eine chest deko oder da ist sie doch hier fehlt die wahl steigen wir überall eine hin oder da und da und da und da und irgendwie ist gerade pause aber ich drehe das jetzt um und mache erst fertig bevor ich mir das einmal angucke stopp das war die falsche taste schiff das wollte ich drücken da 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 die habe ich noch nicht ich glaube jetzt mal überall oder sieht gut aus gut und dann ist hier etwas passiert angriff wo das sind einige weiterlaufen lassen da gehen wir nicht lang wie werden hier lang gehen die werden da lang gehen und dann werden die da lang kommen okay da ist die treppe nach oben ja das ist jetzt nichts wildes alles diese einfachen spinnen dann laufen sie danach steht da ich kann es nicht lesen naja jetzt gehen sie voran ok die werden wohl hoch gehen oder ne da zum grab mal als er hat die treppe ist hier zum hoch gehen alles klar und da geht es dann los ja die sind gerade am pflücken hier das heißt die sind nicht alle alleine und das sind viele allerdings hier ne das waren zwei helden glaube die da gearbeitet haben ok na dann ist ja alles gut oder ja das waren zwei helden tatsächlich ok 21 sind noch da happiness ist immer noch 17 da wird noch eine spinne massakriert alles gut gut wie sieht es oben aus die reihe ist noch nicht gemacht kisten sehe ich noch keiner auch noch nicht da da ist einer da auch schon ok kisten sind auch schon in verarbeitung ok dunkel hier im gang da müssen wir auch noch was machen und hier wird die kiste bestimmt nicht gebaut oder könnte sein sehen wir jetzt oder jo da wird eine kiste gebaut was ich schon überlegt habe unser gang der ist ja nur ein feld breit ob das vielleicht auch ein problem ist dass die gänger zu eng sind dass die dann sagen oh hier ist aber eng macht keinen spaß oh wie schlechte laune könnte auch sein ne so effektiv wie man so denkt ne aber wenn sich zwei entgegen kommen ist ja schon schwierig dann ne oder hm da ist schon eine kiste da noch nicht naja gut da müssen wir mal drüber nachdenken wie wir da weiter vorgehen bei sowas ne wir haben ja schon früher nur 3x3 großes zimmer gemacht jetzt haben wir ja schon 4x4 ne das ist ja schon ein fortschritt 16 jetzt sind sieben felder größer die zimmer ok da oben wird auch schon weiter gebaut fehlen noch 3 steine da kommt noch einer Deko zurück Wand rausgewählt fehlen noch 2 steine ok der unten wird holz dafür gefällt glaube ich ich glaube wenn noch einer kommt können wir schon die nächste reihe machen ne ich glaube es müssen beide kommen sonst fällt dieser stein hier weg aber wir könnten diese reihe schon bauen aber da kommt er jetzt sowieso und dann können wir ja leider keine shift taste gedrückt also wieder neu auswählen und die reihe können wir auch machen passt schon so hier ist auch noch was zu machen na komm schon gut wenn das kommt dann können wir auch da über die tür was machen die Reihe ist schon fertig das bedeutet die Reihe kann auch angelegt werden aber wieder einen Raum mehr ok Kisten werden auch produziert aber 1,2 glaube ich mehr ne oder da ist auch einer hingekommen da oben auch ja doch wird auch gemacht wunderbar was macht die happiness so 22 wird ja auch besser mehr Deko das nun sieht wohl gut aus was sagt die Karte 5 124 105 alles gut ist die Frage ne haben wir das Limit drinnen für das Brot und so müssen wir mal im Backshop reingucken ne ja wir haben Limit von 5 Broten drinnen hm ich denke mal wir machen da 2 raus und aus den Bieren hier ist es auch 2 Sherry Sherry haben wir nicht Banane haben wir auch nicht Cookies Flor und Egg könnte man Cookies raus machen ne Flor und Sugar ist Cake Meatball das ist jetzt alle nicht so das wäre Banane Bread Bananenbrot ist richtig geil das ich super gerne Mehl 7 dann sollten wir vielleicht doch hier ja komm wir machen das mal auf 10 wieder weil wir doch schon jetzt ein paar mehr sind ne hier ist alles Null ne ja toll ok da sollte schon mehr passieren ich würde ja schon fast sagen wir erhöhen das auf 2 hier gut ich denke mal oben müsste fertig sein oder? oh ne doch noch nicht aber sind auf einem guten Weg und sind wir wieder ausgemacht die Reihe kann auf jeden Fall auch da hin und die nächste Reihe hier die baue ich da auch schon hin und ah wie der Schiff nicht gedrückt der Sturz hier über der Tür und auch ja gut läuft alles im grünen Bereich da kann man durchgehen den Gang nach da auch schön da geht's die Treppe dann hoch passt ja die sind wie wild jetzt am bauen ne und wenn wir schon dabei sind dann machen wir gerade hier den zweiten Sturz auch noch hin und da geht's auch gut läuft den nächsten und und hier ins Ende machen wir das auch fertig da haben sie wieder genug zu tun vielleicht schon mal zu viel das sind immer noch 21 ok keine Schuhe mehr da ja guck mal hier ist abgebaut worden den können wir dann mal deleten und und ok das wird ja auch schon voll äh irgendwas wollte ich jetzt gucken wir haben eine Pause drinnen erneuter angreif von auch einigen Schleimen und so naja das ist halb so wild weiterlaufen lassen vier Helden sind da achso jetzt weiß ich wieder ich hatte eben geguckt nach dem Stein der abgebaut ist aber eigentlich hatte ich gesehen dass hier oben das Dach da noch nicht fertig ist da haben wir schon Platz für ein Fenster glaub gelassen ne Fenster waren bei Werkzeugen ne oder ne da waren die Treppen die sind ja auch bei Möbel genau so ist es machen wir da mal ein Fenster rein oder kommen die denn da hoch äh da ist auch ein Eingang oder wie sehe ich das da war auch einer zwei Eingänge tatsächlich ok hab ich gar nicht mehr in Erinnerung so dann müssen wir gleich gucken dass die da auch hoch kommen beziehungsweise runter ne das bedeutet wir müssen wieder so ein Scaffold bauen dass es klappt wenn wir jetzt Fenster da einbauen geht das nämlich nicht mehr und ne da sind wir bei Holz wir wollen aber nicht Holz wir wollen Stein und der geht dann da lang gut und da wird noch wieder was aus Holz gebürstelt für hier oben da haben sie natürlich schon reichlich zu tun jetzt oh da kann noch einer hin den machen wir auch den Sturz da passt ne hier ist fertig gibt es noch eine Reihe neben dann und äh ja da fehlt noch einer aber ich glaube weil das über Eck ist geht das und ich glaube wir können das auch so machen hier müsste eigentlich auch schon eine Reihe funktionieren oder? machen wir doch mal ne? hier die Reihe ist auch fertig das heißt so geht's da kommt noch ein Stein hier vorne wird schon gebaut dann haben wir jetzt hier haben wir jetzt hier irgendwas falsch gemacht? ach ne wir sind schon eine ganze Etage höher doch jetzt hier gerade da haben wir doch einen Boden gut gut ok hier glas äh sandfest glas ja was machen die Kisten sieht gut aus zwei fehlen drei fehlen vier 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 Kisten fehlen sieht so aus fünf, sechs ok aber das wird auch noch werden guck da haben sie auch schon gebaut Fenster ist auch drin ich weiß gar nicht ob die jetzt hier rüber können ne? könnte kompliziert werden äh ich weiß nicht ob sie über dieses schmale Fenster laufen gucken wir mal da kommt einer mit dem Stein der kann da hoch und ja da hat es fehlgeschlagen ne? ok da hat es fehlgeschlagen weil kein Seitenteil war deswegen ging das nicht den machen wir mal kaputt ist einfacher glaub ja wenn der da ist dann können wir aber auch schon da besser einen drauf machen glaub ja jetzt geht es der kann auch überlaufen ok schön wie sieht es aus hier oben ja sind so kräftig am arbeiten dran ne? soll wohl werden aber ich würde sagen für die Folge soll es wieder reichen ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss mit und dann die